So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Pre-Season Test-Labor. Diesmal bin ich mit dem neuen Corki am Start. Ich bin diesmal aber nicht alleine, sondern spiele zusammen mit dem guten Hingado. Der ist gerade noch kacken, sollte jeden Moment wiederkommen. Wir haben nicht gedugt, sondern sind random einfach in die Q gekommen. Deswegen haben wir gedacht, ja, warum nicht einfach auch ins TS gehen. Meine Runen sehen ja auch wieder relativ standardmäßig aus für AD-Carries. Der einzige Unterschied ist, ich habe ein bisschen mehr Arding und ein bisschen weniger Attack-Speed drin, weil ich einfach bei Corki denke, Attack-Speed, halt dein dreckiges Kack-Schnütchen. Dankeschön. Oh, das war schön. Jedenfalls ein bisschen mehr AD, ein bisschen weniger Attack-Speed, weil ich denke, Corki kommt halt nicht so bei den Attack-Speed und Masteries dann eben dementsprechend auch ein bisschen mehr Caster-lastig. Habe ich aber beides jetzt hoffentlich im Verlauf meiner Redezeit schon eingeblendet. Jedenfalls, ja, Corki am Start. Bin gespannt, habe ich noch nicht einmal gespielt seit dem Mewirk, also mit diesen Raketen, mit den Packages und so weiter. Bisher nur gesehen, auch in Videos habe ich noch nie selbst gespürt quasi. Aber ich weiß ja nicht so richtig, was ich für einen neuen Corki halten soll. Das Ding ist halt, er macht super, super viel Magic-Damage, was super nice sein kann. Gerade jetzt in der Meta, wo ziemlich viele Leute AD spielen und eigentlich die meisten Teams immer AD-dominiert sind. Außer natürlich jetzt hier, wenn wir gucken, wir haben ziemlich viel AP. Aber so an sich glaube ich, dass Corki ein relativer Nischen-Pick sein wird, wenn man eben fast Full-AD hat. Weil ich glaube, Statistiken gesehen zu haben, in denen Corki mehr Magic-Damage als Physical-Damage machen, das als AD-Carry. Also mal gucken. Mein Item-Build werde ich wahrscheinlich auch so ein bisschen on the go anpassen. Rageblade wird sehr, sehr wahrscheinlich enthalten sein. Ansonsten bin ich mir gar nicht sicher, ob ich noch auf Trinity gehe oder nicht. Essence-Reaver, ich weiß nicht, Crit. Also bei Trinity eigentlich alles geändert. Codermid-Action ist drin und das kostet ein bisschen mehr, oder nicht? Nee, also die haben jetzt die AP rausgemacht und dafür haben sie CDR reingemacht und ein bisschen mehr Crit und ein bisschen weniger Attack-Speed. Ach ja, genau. Genau. Aber ich weiß ja nicht, ob sich das unbedingt noch lohnt. Ich denke, also irgendein Trinity-Item auf jeden Fall, wegen meiner Ulti, die sind einfach zu stark, um kein Trinity-Item zu bauen. Also um kein Sheen-Item zu bauen, meine ich. Aber wenn ich mir überlege, das wird nicht so geil sein, das... Also ich denke schon, dass ich noch Trinity bauen werde. Aber als erstes auf jeden Fall Rageblade. Anfangen tun wir natürlich mit Torhansblade, wie immer. Und ich zeige euch mal kurz was. Was im letzten Video auch schon einigen aufgefallen ist. Und zwar... So, ich habe jetzt mal kein Trinket. Und jetzt schaut auf meine Items, schaut auf die Zeit, seht zu und staunt. Während ich meine Teammates sortiere. Gott, voll intens. Dann habt ihr das gesehen. Trinket ist da. Also Leute, jetzt kommt ihr jetzt automatisch. Also auch für die kompletten Kack-Noobs. Immer das Wort Trinket? Ja. Hey, mir geht auch nicht das Wort wegen Null 1. Die Frage ist, wer ist jetzt AD Carry und wer im Mittel? Ich glaube fast, dass MF... Nee, Quinn... Nee, Quinn ist Mitte? Quinn M... Ich weiß nicht. Ich glaube, die haben... Der Quinn hat vorhin Top gecallt, als wir mit dem Chatsen waren. Dann ist ja schon, das ist wahrscheinlich Top-Lean-Quinn. Und ich würde jetzt schätzen... Fortune-Mitte. Miss Fortune-Mitte würde ich auch sagen. Ich glaube nicht, dass es gut ist, aber ich würde es schätzen. Ach ja, genau. Und übrigens, mir ist letztens in den Spielen aufgefallen, dass doch der radioaktive Strahlenfaktor auf die Augen relativ hoch ist, wenn man in dieser Elo unterwegs ist. Deswegen habe ich mir hier mal passend natürlich eine Strahlen... eine Low-Elo-absorbierende Brille geholt. Und ich hoffe, das wird meine Augen etwas schützen vor den, ja, fragwürdigen Plays, die wir bald wo gut achten dürfen. Jedenfalls sieht alles ein bisschen mächiger aus. Oh, Brent. Moinsinn. Bam. Bam. Oh mein Gott, mein Kurt nicht kürtet. Meine Scheiß-Kir hat nicht kürtet. Scheiße. Das war schon mal ein sehr guter Start. Eigentlich war es echt gut. Ich hätte First Blood, wenn ich da mal ein Kuh geholtet hätte. Die haben hier gerade 150 Damage mit ihrem Kuh gemacht. Ja, wenn... Du musst aufpassen. Wenn sie mit dem Kuh jemanden lastet und ein zweiter Kuh trifft, dann macht das mehr Damage. Echt? Okay. Macht übel viel Damage. Oh shit, das ärgert mich jetzt. Das war gerade Free First Blood. Oh, neuf. Bam. Da seht ihr es. Ich mache also an Minions, mache ich 47 Physical Damage und 42 Magic Damage. Das ist so dumm. Na, oh mein Gott. Kann ich nicht reden wollen. Das ist so. Äh. Autsch. Ich habe deswegen auch Magic Pen gespielt und nicht Physical. Äh, nicht Armor Pen. Das müssen wir mal aufpassen, das ist ziemlich viel lang. Was? Wie soll ich Blumen? Warum nicht? Was soll ein Munde mit Blumen haben? Hä? Wir sind zwei Minuten hingeben. Ja. Fetten so zu... Aua. Das war nicht gut. Aua. Aua. Scheiße. Du weißt da mit reinfielen, Junge. Ich komme auf die Hitbox von dem Brand Q überhaupt nicht klar. Das habe ich schon letztendlich habe ich bisher einmal gegen Brand Support gespielt in dieser Season. Nee, der ist halt richtig stark momentan. Und die Hitbox von dem Q, die ist einfach so unreal. Oh fuck. Die ist brutal. Nee, das reicht brutal, Junge. Warum hat sie mir den Kennenweg genommen? Das kriegt sie zurück. Auf jeden Fall. Ja, die Laning Face ist halt... Ich weiß nicht, die Laning Face mit Korki war schon immer so meh. Die Laning Face mit Korki kann okay sein, aber wenn... Alter, guck dich mal die Hitbox an, was ist denn das? Komme ich nicht drauf, klar. Okay, ich konnte mich schielen, alles klar. Gutes Game. Darf ich bitte auf K gehen? Ich habe keine Lust mehr. Klar, ich komme mit. Okay, Double Kill für den Mundo war natürlich alles geplant, aber... Ich setze die Brille mal lieber wieder ab. Die beeinträchtigt meine Sehfähigkeit. Was war das denn gerade schon in der für einen Bronzemoo von mir? Ich habe auch viel ge... Kennt ihr diesen Moment? Kennt ihr diesen Bronze-Entertainment-Moment, wenn ihr denkt, okay, der engaged mich gleich. Ich werde kurz bevor der Damage kommt healen. Drückt auf Heal und seid tot. Und Heal ist nicht auf Cooldown. Und ihr denkt so... Nice. So habe ich mich gerade gefühlt. Aber 3-0 für Mundo. Mundo ist auch ein sehr balanceter Jungle momentan. Ja, aber nee, keine Ahnung. Die Korki-Laning Face ist halt so... Wie gesagt, die ist meh. Also, wenn ihr gegen einen dominanten Supporter spielt, sowas wie Brand oder Thresh oder so, dann ist Korki kompletter Bullshit auf der Lane. Dann ist der einfach nur richtig scheiße. Und, ja... Gegen so passivere Supporter wie Janna oder so ist Korki halt ziemlich nice. Das ist ja auch deren Jungle. Das ist schon irgendwo gezeigt. Bleib schon bot. Oh, da ist er. Thomas. Damage macht denn dieser Dot, bitte? Hat mir gerade 40 Damage gemacht. Und so am Arsch auf der Lane. Ah, ich glaube, das liegt halt weniger an Korki, sondern mehr an Brand. An der... Penis von Brand. Er hat auch dieses Scheiß Thunderlord geskillt. Übel, Bro. Auf Brand. Immer den Crew auf Level 2. Ich bin halt komplett die eine. 20 fahren wenden. Wir können halt auf der Lane gar nichts machen. Wie gesagt, das liegt mehr am Supporter als am AD Carry. Also, es liegt mehr an der Sache, dass Brand geil ist und Nami einfach nur scheiße. Und nicht jetzt an Korki, würde ich jetzt mal behaupten. Dadurch habe ich mich auch ein bisschen dumm angestellt. Alter. Aber trotzdem. Der stärkere Unterschied zwischen Nami und Brand, denke ich schon... nämlich enorm. Für Mitte? Der macht halt so viel Damage. Wie viel AP hat er jetzt? Der hat jetzt schon... Er hat nur 33 AP eigentlich. Das ist gar nichts. Und er könnte mich halt trotzdem... Der würde mir in einer Komo, also wenn er EWQ hittet, macht er mir locker drei Viertel meines Lebens. Locker. Und ich kann halt auch nichts machen. Der ist jetzt einfach ein Busch. Und ich kann nichts machen, weil wenn ich jetzt zum Last Hitten gehe, dann wird der mich engagieren. Und Nami kann halt nicht gegen die Hing traden, weil der Trade von Brand etwas stärker ist als der von Nami. Guck dich das an. Was ist denn das für ein Damage? Und vielleicht die denn weg? Ich hab doch hier... Oh, das war gerade ein Freekill. Das war gerade ein Freekill. Das war der übelste Freekill. Aber der Damage von Brand, der ist einfach nur komplett Unreal. Also... Holy Shit. Wollte ich eigentlich auch spielen, war ich in Champs Select, aber es wäre einer aus meinem Team gedocht. Aber das ist echt nicht feierlich, was der für Damage macht. Das ist wirklich nicht feierlich. Was ist das für ein Schaden? Wollt ihr mich verarschen? Das war... Das war... Hä? Das war nur Brand. Das war eine Kombo. Das war eine scheiß Kombo von Brand und zwei Outdoor-Attacks von der Tristana. Gegen meinen Heal auch noch. What the fuck? Steht der Mundo 5-0? Der Mundo ist auch richtig balanced gerade im Jungle. Aber... Alter. Das war... Komm nicht drauf klar. Also in der nächsten Episode werde ich auf jeden Fall entweder Brand oder Mundo spielen. Aber Brand ist ja komplett lächerlich gerade. Ist ja wirklich einfach nur unlustig. Aber er ist halt immer noch Brand. Nicht der mobilste Champion und das muss Mundo gerade gut aus. Also ich sage euch, wenn der Jungler, auf dem wir jetzt haben, wenn er scheiße wäre, hätten wir das Spiel allein nur wegen dem Brand-Pick verloren. Weil... Da wäre der Brand komplett am Ausrasten. Ich wäre nicht... 8 Farmen hinten, sondern 8.000. Also... Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen potenten Supporter... äh, diesen potenten Jungle gekriegt habe. Ich gehe jetzt mal auf Rageblade als erstes. Einfach nur, weil ich es mal probieren will. Rageblade und dann Trinity. Vielleicht wäre auch... Ich glaube, Trinity dann Rageblade wäre besser. Aber ich mache es einfach jetzt mal aus... Aus... Was ist das denn? Oh, Special Divi. Leute, da sind gleich zwei. Ach nee, ist nur einer für beide Seiten wahrscheinlich, ne? Auf geht's, Leute. Auf... Geht's. Und... Oh, never lucky. Alter, die Sirene. So. Was ist jetzt mein W-Mach? Mehr Damage oder irgendwie, ne? Auch 120 Charme pro Sekunde, nur auf dem Platz. Also, mir geht richtig viel Party, das macht richtig Spaß. Oh, wenn ihr kein Brand wäre, würde ich jetzt locker reinspringen. Hallo! Tja, mit dem Movement-Vie kann ich deutschen. Alles klar. Ich habe es ganz zur Sicherheit lieber erst mal ein Minions-Spiel. Guck mal, alter! Was ist das? Was ist das? What? Alles klar. Alles klar. Oh mein Gott. Hast du gerade den Schaden gesehen? Ja. Vor allem, die sind halt nur am Ende so aus Versehen reingelaufen. Und ich sehe einfach nur 200, 300, 400 Double-Kill. Alles klar. Warum das ist einfach eine fucking Pick-Axe? Oh mein Gott. Naja, der W hält 50... Ich meine, W ist auf Level 1, will ich nur mal bemerken, ja? Der hält mit der Special Delivery 5 Sekunden, ja? Und macht 130 Schaden pro Sekunde. Auf Level 1. Ich glaube, der Schaden geht gar nicht hoch, wenn ich den W scille. Aber, Alter. Joa. Es skaliert sogar mit AP, aber ziemlich bad mit AP. Was war das denn gerade, Mann? Kaufe mir mal Schuhe, damit ich die Spells von dem Brand ein bisschen besser dodgen kann. Aber, ja. Wie viel cooldown hat das jetzt? Es hat, ähm, 5 Minuten cooldown. Okay, das heißt, jetzt erst mal 5 Minuten wieder ein bisschen chillen. Und dann... Engage! Oh Gott, Hilfe. Äh. Ey, jetzt willst du die Play sehen. Du bist jetzt auf Band. Oh. Nein, nicht auf Band, Junge! Warte, ich muss jetzt mal den Mund behalten, warte. Oh, der macht einfach alles alleine, ne? Oh, der Double-Kuh! Hilfe! Kommt dir nochmal weh, alter Schwede! Nee, Junge, so. Joa, beide Flash, ne, mein Ge... Oh, oh, ex aus, Junge! Da will Kill für uns, easy. Da will Kill für Mundo, meinte ich, sorry. Natürlich für Mundo, Junge, für wen denn sonst? Ich bin on my way, lass mir auch ein Kill, bitte. Lass mir ein Kill. Alter, was ist denn das für ein Schaden? Ey, ich bin auch ein... Oh, Junge! Ich gehe aber nichts dafür, obwohl ich da rein gewählt bin. Ja, du hast ja auch nichts verdient. Alles klar. Ich flash den vorher direkt beide mein Gesicht. Also, wie gesagt, Mundo oder Brand könnt ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge erwarten. Wobei, meine Überlegung auch war, Poppy zu spielen. Also, Poppy ist mit Rage-Bread, denke ich, auch ziemlich geil. Aber Mundo... Gut, Brand ist 0,3. Brand ist jetzt 0,3, aber trotzdem ist Potenzial definitiv da. Aber Mundo scheint gerade... Yo, was da ist. Gönnt ihn euch, Thomas. Mundo scheint gerade ziemlich bellend zu sein. Aber mein Schaden ist wirklich nicht schlecht, der kann sich sehen lassen. Ich mache auch ziemlich viel Schaden am Tower. Ich mache 150 Stemps am Tower. Wie schnell die Games vorbeigehen? Wir haben gerade Minute 11, aber wir haben zwei Tauern geholt. Ja, und es steht 13-2, Minute 11. Ich mache echt viel Schaden am Tower. Ich will nur kurz die Passive genau durchlesen. Ähm, genau. Das ist ein... Klein... Also, die Passive würde ich sagen, ist ganz leicht... Aber was heißt genervt? Die ist, finde ich, ein bisschen schwächer, ja. Weil vorher hat man ja normal 100% AD Schaden gemacht. Und man hat ja zusätzlich 10% True Damage gemacht. Und diese 10% True Damage sind weg. Dafür machen die Autotechs aber 10% mehr Schaden generell. Und die Hälfte davon Magic. Also, ich weiß nicht. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Geht nach oben, Alter. Gute Party. Im Early Game, denke ich, ist es schwächer. Weil im Early Game haben die Gegner eh keine Rüstung oder kaum Rüstung. Und diese 10% True Damage, die tun da, denke ich, schon weh. Aber später, wenn die Gegner viel Amor haben, aber meistens halt noch wenig im Air. Wie gesagt, deswegen denke ich, dass Corki ziemlich gut ist, wenn man viel AD im Team hat, damit die Gegner AD stacken. Aber eben nicht im Air und du dann ordentlich durchreißen kannst du mit deinem Auto stecken. Weil ich meine, deine Crits, ne, wenn du für 6... Hat ich bereit, Junge. Junge. Der deckt sich auch so mal. Junge, hier, komm ran. Warte, 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 warte. Geht's back. Nein, 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 go. Ich hab doch Jinsus vollgestickt. Ich mach den Tower, lass den Tower, 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 Tower. Oh, Quinn. Alles gehittet, Kappa. Brauchen wir nicht. Oh, dass du ne überhaupt der Assist gekriegt hast, ist schon ein Wunder. Ich hab nur Kuh ab. Ne, aber jedenfalls denke ich ja, dass Corki halt wirklich... Ähm, Morgan. Alter. Oh, liest du das auch da? Wollen wir liest ihn gegen? Na klar, Thomas. Alter, sind die alles Squishy? Das ist das ganze Game. Übelst die Bots gerade. Lass mich doch mal meinen Satz zu Ende reden. Jedenfalls denke ich... Jetzt muss ich mich vielleicht auch verpissen. Meine Special Delivery ist gleich wieder da. Musst du nicht verpissen, bin da. So. Oh, nice. Ich hab auch kein Mana, egal. Jedenfalls denke ich, dass Corki in diesem Szenario, wenn du fast ein Full-AD-Team hast, gut sein könnte. Oh, das Triggerfinger gab's. Jedenfalls denke ich, dass Corki, wenn man Full-AD hat, ziemlich gut sein könnte, weil die Gegner dann keine MR bauen und deine Autotecks dann ordentlich reinschreddern. Wir sehen jetzt, meine Autotecks machen jetzt... Oh Gott, da fliegen einfach 20 Zahlen. 100 AD-Damage, 98 Magic-Damage. Und wenn ich halt für 500 crit'e, dann sind davon halt wirklich 200... Komm zu mir, Jon, komm zu mir, ich will dich töten. Dann sind davon halt wirklich, wenn ich für 500 crit'e, sind davon halt wirklich 200 Damage Magic. Das ist halt nicht schlecht. Mach den Item-Bild so ein bisschen ekelhaft, weil du dann quasi auf AP für Voidstuff gehen musst, falls du irgendeine Art von Penetration haben willst, aber Voidstuff ja nicht deine Autotecks erhöht. Aber ich glaube, das ist nicht das Problem. Ich denke aber auch, dass Last Whisper ein richtig, richtig schlechtes Item jetzt ist auf Corki. Und ich denke auch nicht, dass Voidstuff in irgendeiner Form worth ist. Vielleicht kann sein, aber glaube ich nicht. Ich denke, man sollte wirklich roh auf AD, auf AP gehen. Und ich denke, dass Jinsu ist ein ganz gutes Item, weil wirklich viel auch mit AP skaliert. Wir gucken mal, der Q skaliert 0,5 AP. Der W skaliert... Ah, Special Delivery skaliert 1,0 mit AP. Über die ganze Zeit das nicht so geil. Der E skaliert nicht mit AP. Und die Passive... Die, ähm... Die, ähm... Die, ähm... Skaliert 0,2, 0,3 mit AP. Das ist okay. Ist jetzt nicht sonderlich geil, aber ist auf jeden Fall okay. Und Jinsu ist einfach zu OP, um es nicht zu bauen gerade. Für die Leute, die es nicht wissen, Jinsu ist 260 oder 270 Prozent kosteneffizient. Das Ding kostet 2500 Gold. Finischen wir hier gerade in der 14. Minute? Junge, ich muss noch eine Special Delivery machen. Warte, warte, warte. Ich will eigentlich reinflashen gleich. Jedenfalls, ähm... Jedenfalls, ähm... Da bleiben wir gerade in der 14. Minute. Alles klar. Jedenfalls. Kostet Jinsu 2.500 Gold. Und ist, wenn du es voll gestackt hast, von den Stats her, 5000 und ein bisschen was wert. Aber ich sollte nicht zu viel reden, denn es ist gerade 16. Minute. Und wir finishen einfach mal das Spiel. Kills decken wir uns auch noch. Oh, nein, 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 nein. Loll. War closed. Ich habe sogar noch einen Keks vom Anfang. Ganz klar, Mundo 4. Jedenfalls, das war eine weitere Folge. Tesla, wo, obwohl, wir können die finishen, ne? Ja, jetzt, jetzt sterben sie noch. Oh, what the fuck. Jetzt sterben sie noch die Trihards. Ah, ich bin down. Halt. Okay, Leute, ist doch noch nicht vorbei. Aber ich habe schon einen Tiefausgleich am Start. Das muss man auf jeden Fall noch treffen, das Spiel. Oh, ein bisschen Shutdown Gold haben die gekriegt. Das stimmt. Holy shit. Aber ja. Ich denke doch, dass Trinity noch ziemlich gut sein könnte, ja. Gerade weil dieser Trinity-Pog ja ziemlich viel Damage macht, aber auch ziemlich viel Magic-Damage. Also, macht dann quasi 300, 400 Damage-Magic. Aber vorher war Korki, ich glaube, der Hauptunterschied zu vorher ist, Korki war immer ein Champion, den konntest du immer picken, der war immer solide und konnte aber nur in wenigen Szenarien wirklich gerade im Late-Game hard-carrying. Und ich denke, jetzt ist Korki ein Champion, den du nicht immer picken kannst, auf keinen Fall, sondern den du explizit dann pickst, wenn du sehr, sehr viel AD im Team hast und die Gegner keine Magic-Resist bauen werden. Weil wenn du Korki spielst und die Gegner viel Magic-Resist haben, dann bist du, denke ich, sehr, sehr aufgeschmissen. Du hast zwar ein bisschen Magic-Penetration, ich habe jetzt hier, ich habe 7% Magic-Pen, aber wie gesagt, ein Void-Stuff, ja, ein Void-Stuff vielleicht sogar noch, das wäre das einzige Penetration-Item, wo ich mich vielleicht sogar noch drüber streiten würde, ob man das baut oder nicht. Aber Zaubererschuhe, wobei, doch, Zaubererschuhe baut man, ne, doch, auf jeden Fall Zaubererschuhe auch. Aber ansonsten, auch bei, Zaubererschuhe? Ich weiß es gar nicht. Aber ich denke, in diesen Szenarien wird der besonders gut sein. Mal überlegen, mit Zaubererschuhe habe ich 15 Magic-Penetration mit Void-Stuff und den Effekt habe ich dann so 40%, 15%. Naja, aber es ist trotzdem, nee. Es ist trotzdem nicht worth, wenn die Gegner so 60, 70, 80 MR haben, denke ich. Oder, sagen wir mal 80 plus, ja. Ich mache echt die Freude. Boah. Ja, wie gesagt, wenn die so 60, 70, 80 Magic-Resist haben oder mehr, dann ist, denke ich, Korki nicht mehr so nice. Aber wenn die Gegner keine MR bauen, dann ist er ein supergeiler Champion und die W-Alger, was war das denn? Sehr, sehr schnelles, irritierendes Game. Ja, hat jetzt ein bisschen die Stärke von Korki gezeigt, aber hauptsächlich die Stärke von fucking Mundo. Was war das? Was auch immer. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und immer eure Brillen aufsetzen. Denkt dran, nicht die Chemikalien direkt einatmen, sondern euch zufächern. Was ist das Elo? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, das Game war so hektisch, dass ich es nicht mehr auf die Reihe bekommen habe, meine Lappenvergabe zu machen. Bei Korki würde ich sagen, war er vorher eine solide 6 bis 7. Ich denke, eine 6 ist passend. 6 Punkte, 6 Lappen gebe ich Korki vor dem Rework. Und jetzt erscheint er mir wirklich eher nischenhaft zu sein. Aber wenn er seine Nische erfüllt, dann ist er für mich eine 8 von 10. Also hier die erste Bewertung über 7. Korki gefällt mir nach den Veränderungen wirklich richtig, richtig gut. 4,5 Lappenvergabe zu haben, Vielen Dank.